Morgen gibt es einen großen Fußballabend. Den können Sie auch erleben in der Ischelandhalle in Hagen. Außer Fußball gibt es da auch noch Folkmusik. Der Basketball-Zweitligist Phoenix Hagen lässt morgen die Körbe in Ruhe. Stattdessen wird Party gefeiert mit Musik der Irish Fork'n'Roll Band Salee Family. Zuvor wird gegrillt und auf einer Großbildleinwand gibt es das Fußball-Champions-League-Finale. Vor und in der Aula der Ischelandhalle von 18 Uhr an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017